Zu wagen, ein Schritt in unsicheres Gewässer, aber ich habe Bock drauf. Macht einfach die 70.000 Abonnenten voll. Auf Kässtrick der Zweite, das würde mich übertrieben freuen, ja. Das ist dann unser Hauptkanal, aber da geht die Reise dann weiter. Als kleines Geschenk habe ich mir gedacht, werde ich einfach nochmal alle alten Videos, die ich über die Jahre gedreht habe, werde ich wieder freischalten. Ja, da könnt ihr euch dann quasi so einen Nostalgie-Kick geben. So einfach nochmal in alten Zeiten baden, könnt ihr euch die Videos angucken, wie es angefangen hat. Ich werde natürlich einige Videos, werde ich nicht mehr freischalten. Aus verschiedensten Gründen, vielleicht wollen die Leute ja auch gar nicht, dass es online kommt. Meines Erachtens, die besten Videos werde ich wieder online stellen für euch. Könnt ihr einfach gucken, die ganzen Martin-Zeiten und die ganzen alten COD-Videos. Könnt ihr euch nochmal angucken, wie das halt früher alles war, wie das früher ausgesehen hat. Was hat man früher für Videos gedreht vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren oder was weiß ich, wie alt die Videos jetzt mittlerweile sind. Das könnt ihr euch dann reinziehen. Da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön, ja, für euren Support über all die Jahre, was ihr mir überhaupt ermöglicht habt, ja, mit euren Support an die KS-Army, ja, an frühere Fans. Vielen herzlichen Dank, ja, an alle. Wirklich, danke. Damit endet die wohl beste YouTube-Ära aus der ganzen YouTube-Geschichte. Wirklich, vielen Dank, Leute. Danke, das muss doch nicht sein. Wirklich, danke. Vielen Dank, wirklich. Danke, Leute. Dankeschön. Vielen Dank, wirklich. Ey, das ist ein Wahnsinn, Leute. Übertreibt jetzt nicht, okay? Ey, chill mal ein bisschen da hinten, gell? Ja, vielen Dank. Na, ernsthaft jetzt, wirklich, ja. Vielen herzlichen Dank, ja, Leute, fürs Zusehen. Und ich tue mich nochmal verbeugen, ja. Bis zum nächsten Mal. Servus.